Eines gewesen sein? Die Horadrim sollten im Palast sein, falls sie es geschafft haben. Dem Himmel sei Dank, ihr seid hier. Ich habe sie überzeugt, nicht ohne euch zu gehen. Ich hätte bei Prava die Fassung behalten sollen. Ich weiß, aber ihr hättet den Stein auch nicht wegwerfen sollen. Wir haben ein Ziel. Mephisto haust in der Kathedrale des Hasses. Jenseits des Flammenmeers, im Reich von Astaroth. Ich wette, darum hat Lilith ihn ins Cosklen befreit. Dort werden wir sie finden. Und was dann? Wir haben den Stein nicht. Es reicht, Donan. Dann liegt es an mir, sie aufzuhalten. Richtig. Segen des Vaters. Was benötigt ihr? Kommt wieder, wenn ihr etwas braucht. Oh, sonst ist der Frame. Braucht ihr Schmiedekunst? Lies sich gut zerlegen. Lies sich gut zerlegen. Lies sich gut zerlegen. Lies sich gut zerlegen. Ich spüre deine Furcht. Vater. Lies sich gut zerlegen. 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 Wir brauchen mehr Zeit. Wir brauchen mehr Zeit. Wir brauchen mehr Zeit. Anscheinend ist die Nachhut in einen Hinterhalt geraten. Die anderen müssen vorgegangen sein. Gut, sollen die Mistkerle uns den Weg freimachen? Wir brauchen mehr Zeit. 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 Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr Zeit. Und ein Dieb. Wir brauchen mehr. Ich habe ein... und ich... Wir brauchen mehr Zeit. Wir brauchen mehr Zeit.